So, willkommen zu einem neuen kleinen Zwischendurchspiel namens Ultimate Bruce Lee. Einige werden es kennen von C64, CPC und wie die alten Computer heißen mögen. Ja, hier einfach mal so eine PC-Version davon, allerdings ist sie ein bisschen aufgemotzt da, das zeige ich euch gleich, beziehungsweise nicht, jetzt, spielen, options, das habe ich alles soweit eingestellt, genau, start game, so und zwar hat man hier so viele Möglichkeiten, was man sich aber allerdings erst freispielen muss. Mal gucken, ob ich alles aufnehme, weil, ähm, original, das hatte ich eben angetestet, das ist auch, okay, das machen wir alles danach, nach und nach, wenn ich es freigespielt habe, wie ich es beim ersten Mal gleich schaffe, weiß ich nicht, ich habe vorhin einmal angefangen, das spiele ich schon ganz gut. Eben, dann nochmal das Originale, das tut doch schon ein bisschen besser, allerdings habe ich dann aus Versehen, beziehungsweise eine Pause gesucht, und, tja, habe auch das Cake gesucht und schon war man wieder im Hauptbühne. Naja, wie dem auch sei, fangen wir mal an mit dem Remake 2000. So, das sieht auf jeden Fall schon mal ganz anders aus, als man das kennt, aber die Charaktere sind alle gleich. Wir sind natürlich zu uns neben, man könnte auch noch als, aua, na, 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 als zweiten, äh, Mitspieler hier, den Boxer neben dem man da unten sieht, Okay, er ist mal ganz hoch, aber, na gut, da könnte man, so, da könnte man, naja, miteinander spielen oder gegeneinander, weil so, na 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 na. So sieht die doch relativ einfach, allerdings, ich glaube, der Boxer braucht mich nur einmal zu treffen, mit seinem Kick, und dann habe ich Leben verloren. Ich bin echt mal gespannt, ob ich das diesmal durchgekriegen darf. Ich sag ruhig dann nachher... Na doch nicht nur einmal treffen. Komm doch. So. Achso, ja, da ist eine solche Ratterbahn. Und da habe ich vorhin alle vier Leben nacheinander verloren. So, auf jeden Fall dieser Ritter da ist, oder Ninja ist es ja hier. Auf C64 sieht er aus wie ein Ritter, hier wie ein Ninja. Ja, auf jeden Fall ist der Schweine langsam mit seinen Schlägen. So, die darf man auf jeden Fall nicht berühren. Genauso wie diese roten Stacheln da. Ich weiß es nicht, wer hat hier Wasserfälle, die nach oben fließen und dann da noch Stacheln hin. Nein, das ist doch... Nein, nicht hochrücken. Wow. Ach, ja. Na, komm. So, auf jeden Fall gehen hier die Kletterpassagen und... ...und das Runterfallen erheblich schneller als auf dem C64. Genetzt. Na, 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 na. Juhu, ja. Hier ist das Wasserrot. Hier diese Dinger, meine ich, die gehen hier verdammt schnell. Oh, das war knapp. Aber jedenfalls hier noch kein Leben verloren. Nachher kommt noch ein Screen. Da sind vier von diesen Bahnen untereinander. Ja, und das hat mich vorhin da so ein bisschen hingerafft. Übrigens, das Spiel ist kostenlos. Ich hau's in meine Videobeschreibung mit rein, den Link. Super. So. So, gleich haben wir auch schon die Hälfte von dem Spiel rum. Ja. Macht er immer solche Mucken. Ach, hier hat die vorhin, glaube ich, auch ein Leben verloren. Jetzt auch. Ach. Ich weiß auf jeden Fall noch, auf dem C64 konnte man hier einmal richtig durchlaufen, ohne dass man springen musste. So, das hätten wir jetzt auch geklärt. Ei, 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 ei. Juhu. So, mal gucken, ob das hier auch geht. Einfach geradeaus runterfallen. Da müsste ich eigentlich... Ja doch, Gott sei Dank. Ich glaube, auf irgendein PC oder auf jeden Fall irgendeine Version, da ging's nicht. Da ist man dann eiskalt unten auf das Ding drauf geflogen und schrupps, war man tot. So, im... Übernächsten Screen, da müssen wir halt ungefähr bei der Hälfte sein. So, kletter hoch. Da kommst du doch sowieso nicht lang. Ist das ein Depp? So, und da sind wir wieder am Anfang. Und jetzt ist es ja rechts bei diesem... Ja, hier ist es ein Würfe. Auf dem C64... Alter! Du dicker, fetter Sack. Auf dem C64 ist es irgendwie so ein Kuh oder ein Rind oder irgendwie sowas. Auch beim Original zu sehen. Aber ich würde ja sowieso alle... Oh! Alle Teile spielen. Jedenfalls mal, dass die gezeigt sind. Ob ich es durchschaffe, ist eine andere Frage. Na, komm. Na, los. Au, wa, Mensch. Das tut doch weh. Gleich habe ich ein Leben verlommen. Da ist auf jeden Fall auch hin. So, drei Gänge müssen wir jetzt machen. Und dann kommen wir zu diesem... Damals schon mal ein... Ungeliebtes Screen. Schwein gehabt. Du, meine Güte. Au, wa. So, jetzt gibt es erstmal ein extra live. Oh, das war knapp. So, da kommen wir auch gleich hin. Nein, nein, nein. Schwein. Ach, Mensch. Die Beine zu kurz. So. Und Nummer zwei. Die nächsten beiden sind ein bisschen kürzer. Was ist denn? So, und Screen Nummer drei. Einfach hier diese zwei Gegner durchlaufen. Und dies. So. Okay, hier geht es ein bisschen langsamer. Ja, allerdings vorhin... Oh. Habe ich hier ein Leben verloren. Und ganz fies ist es übrigens da unten. Bin ja mal gespannt, ob ich das jetzt schaffe. So, die Hälfte haben wir. Yeah. Ja. Hm. Verdammig. Och. Das war jetzt unnötig. Bisschen Konzentration. Och, Mensch, nee. Kannst du nicht sein, Mensch. Ach, ja. So, das sieht schon besser aus. Oh, Schwein gehabt. So, die Chancen stehen gut, dass wir es durchschaffen könnten. Ein Leben haben wir noch. Also einmal können wir noch sterben. Ich hoffe, es wollen wir nicht. Aber, naja gut. Ich muss gucken, wie hier der nächste Screen ist. Auf dem C64. Ich weiß es auch nicht, was da letztes Mal los ist, weil ich das mal so aus langem habe, weil ich mal ein bisschen gezockt habe. Uiuiui, hier sind sie aber ganz schön schnell. Uiuiui, hier sind sie aber ganz schön schnell. Uiuiui, hier sind sie aber ganz schön. Uiuiui, hier sind sie aber ganz schön. Uiui, hier sind sie auch ganz schön. Uiui, hier sind sie aber ganz schön. Uiuiui, hier sind sie aber ganz schön. Na komm. Jetzt war jetzt gleich rechts die Wand hoch. Das ist ein bisschen schwieriger. Wegen der Pause. Da kommen wir auch so durch. Nein, kommen wir nicht. Hoffentlich schaffe ich das jetzt noch. Ich hoffe es ja mal. Jetzt fahren diese... Okay, hier sind es nur Punkte. Jetzt fahren sie hier parallel. Eben war es jedenfalls doch. Jedenfalls, 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 jedenfalls. Ein bisschen versetzt. Ob das gut geht, ich weiß es nicht. Na komm. Gut. So, das war der Endgegner übrigens. Retro-Mode anlockt. Sehr schön. Ach ja. Gut. Retro haben wir freigeschaltet. Ich glaube den nehme ich dann auch mal als nächstes in der nächsten Folge. Erstmal muss ich noch ein bisschen Ätna aufnehmen. Und bei einer muss ich auch noch weitermachen. Und ja, mal gucken. Das kommt jetzt immer so ein Mischmasch. Je nachdem wie ich lustig bin. Okay, können wir mal gucken. Retro. Ja, das sehen wir dann beim nächsten Mal. So. Oder? Ne, nochmal kurz reingucken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das wird auf jeden Fall ein Spaß nächstes Mal. So, ich verabschiede mich. Bis denn.